Hallo, wir machen weiter mit der Familienaufstellung. Wir sind schon so weit, dass jetzt hier Kind, Mutter, Vater stehen. Die Oma ist dazugekommen, hat sich mittig zwischen Mutter und Kind gestellt. Und wir haben den Abstand der Oma zum Vater ausgerechnet. Der ist jetzt hier nicht weiter interessant im weiteren Verlauf der Aufgabe. Es geht so weiter, das Kind freut sich über die Oma und Vater und Mutter drehen sich daraufhin zum Therapeuten. Hier ist der Therapeut, Mutter dreht sich hier rum, Vater dreht sich hier rum und beide schauen den Therapeuten an. Das ist damit gemeint. Aufgabentext ist, der Vater dreht sich um Gamma gleich 30 Grad nach links und die Mutter dreht sich um Beta gleich 45 Grad nach rechts. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com